Musik Servus, hallo, ich bin's Marcy XD. Ganz genau und willkommen zu einem neuen Video und willkommen auf dem UX Gaming Kanal. Heute ist wirklich ein ziemlich besonderer Abend oder Tag. Das UX Jersey sitzt auf jeden Fall auch schon, denn heute gibt es das wahrscheinlich letzte Celos Update Video. Wieso? Na ja, um diese Frage zu beantworten. Muss man eigentlich sich nur den Spielplan anschauen, denn wir sind momentan in den finalen Runden angekommen. Es sind nur noch vier Teams übrig, sie haben sich erfolgreich durchgekämpft und das allerbeste ist, zwei davon gehören zu UX Gaming, UX White und Team HCXC, was ja mein Projekt ist, bzw. UX Blue. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich nice Sache. Zu den gesamten Infos, wer gegen wen spielt, das sage ich jetzt noch. Aber notiert euch erstmal den Stichtag, nehmt euer kleines dickes Notizbuch raus und notiert euch den Samstag. Der 16. April ab 17 Uhr geht es auf Official Celos auf Twitch los. Übrigens, die ganzen Links sind in der Beschreibung, aber notiert euch das, denn wir brauchen eure Unterstützung. Ab 17 Uhr geht es mit dem ersten Match los und ab 19 Uhr ist das zweite Match und gegen 22 Uhr ist dann das Finale. Das hört sich ja schon nach einem ziemlich langen Abend an, würde ich mal meinen. Aber Leute, der Abend wird für eine bestimmte Person ziemlich lang werden. Vor allem, denn der Käpt'n von Team HCXC, hm, wer ist das? Das wird am Sonntag 20 Uhr und er wird wahrscheinlich die ganze Zeit online mit dabei sein, mit von der Partie sein. Wer das ist, das könnt ihr euch vielleicht denken, aber Leute, es wird auf jeden Fall ein ganz besonderer Tag. Und wer jetzt gegen wen spielt, naja, dazu kommen wir jetzt. Zuerst haben wir natürlich UX White. Die spielen gegen Royal, was eigentlich mittlerweile aus Synthic E-Sport besteht. Also der liebe Cookie, der Fabio, der Monster und natürlich der Rocks sind am Start, gegen den ersten Gegner im Falbfinale anzukommen. Und zwar beginnt das Ganze dann ab 17 Uhr. Ich wünsche auf jeden Fall diesen Kollegen sehr viel Erfolg. Sie sind auf der zweiten Seed-Seite so gesehen und dann auf der ersten Seed-Seite sind wir am Start. Team HCXC, Erzin, Phantom, Stelios, My6 und meine Wenigkeit sind am Start. Und gegen wen wir antreten müssen, wird natürlich schon dem einen oder anderen klar sein, denn wir spielen gegen Fabgames. Genauer gesagt jetzt ex-Fabgames. Von den Spielern her kann ich euch sagen, wird es Massi sein, also Gannelite, Kiwi und Barca. Und jetzt eine ganz aktuelle Info ist, dass der vierte Spieler, viele haben ja gedacht, dass Torres das Turnier noch mitspielen wird. Nein, es wird nicht der Fall sein, der vierte Spieler wird mein guter Kollege Marcel zu dem Skorpion sein. Es wird definitiv ein spannendes Match werden. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Vor allem die eine Sache ist noch, ich habe auch deswegen das UX-Jersey an, vielleicht werde ich auch diesmal wieder mitspielen. Denn das steht noch nicht fest. Wir haben gerade organisatorisch in der Teamgruppe noch ein klitzekleines Problem, aber das werden wir lösen. Aber eventuell werde ich mich vielleicht sogar als Coach zurückziehen und wieder aktiv spielen. Weil ich habe ja in den letzten Runden eher den Spielern Vortritt gelassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ihr werdet da noch alles erfahren. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, Leute, dass ihr uns unterstützt. Mit Hashtag UX-Army, Let's Go HCXD, Let's Go UX-White oder UX-Blue. Ganz egal. Schaltet einfach ein und gebt uns unsere Energie, eure Energie für uns, für die Genki-Dama, damit wir hoffentlich das Turnier gewinnen. Und ich will jetzt nicht so viel predikten, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da, dass es ein Only UX-Finale sein wird. Aber das ist natürlich die Frage. Ich will keine zu große Klappe haben, was ich ja normalerweise schon habe. Darum lasse ich auf jeden Fall alles offen. UX-White gegen Team Royale. Danach Fab-E bzw. Ex-Fab-E gegen HCXD. Und dann ab 22 Uhr geht das Finale los. Leute, schreibt mir einfach eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr denkt, wer wird gewinnen. Ihr könnt das übernehmen. Und ansonsten, wenn ihr noch beim Effect Energy Gewinnspiel mitmachen wollt, dann schaut jetzt auf die UX-Fanpage. Denn dort geht das Gewinnspiel noch bis morgen, also bis zum 15. dem Freitag. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Seid für uns, für UX Gaming. Wir könnten Celos jetzt echt endgültig rasieren. Wir könnten so gesehen den Deckel zumachen und dieses riesige und auch vor allem nice Community-Turnier gewinnen. Und ja, Leute, das war's mit dem Gameplay. Und mit dem Video Gameplays übrigens von Erzien ist die Viertelfinalrunde gegen Real Kings. Auch alle Spieler-Links sind in der Beschreibung. Auch wo ihr das Jersey kaufen könnt. Und Leute, das war's. Ich bin schon total zittrig im Hype. Adios und ciao. Das war MasiXD. Piu! Ich bin schon total zittrig im Hype.